Die Begriffe Ganzheit und Gänze sind die Abstrakter des Adjektivs ganz, das sich in der deutschen Sprache bereits vor dem 8. Jahrhundert n. c. h. r. nachweisen lässt. Ganz bedeutet heil, unverletzt und vollständig. Ganzheit wird verstanden als die Gesamtheit aller Teile oder die Einheit des in der Erfahrung gegeben. Sie bedeutet im physischen wie auch im moralischen Sinn Integrität, eigentliche Bestimmung und Vollkommenheit. Das Ganze und die Teile. Ganzheit ist die auf die Vielfalt angewandte Einheit und die Teile sind die Vielfalt selbst, die von der Einheit totalisiert ist. Einheit in diesem Sinne ist entweder Metanwesenheit oder homologe Einheit. Einheit kann aber auch in einer zeitlichen Entwicklung als Kontinuität im Verschiedenen erkannt werden. In der Metamorphose verwandelt sich die Raupe zum Schmetterling. Dabei ist die Ganzheit eine Einheit im Werden. In diesem Sinne kann Heraklids Panterei als Hinweis auf die Einheit im ständigen Wandel verstanden werden. Mit der Ganzheit entsteht etwas Neues durch die Integration der Teile auf einem höheren Niveau. Das Ganze ist nicht lediglich aus seinen Teilen zusammengesetzt. Es werden nur Teile an ihm unterschieden, in deren jedem das Ganze ist und wirkt. Erst der gefügehafte Zusammenhang der Bestandteile bewirkt die Struktur der Ganzheit. Platon erklärte deshalb in seinem Dialog Thea Tetos, der Wagen ist nicht seine hundert Teile, er unterschied zwischen dem Ganzen und dem Gesamt. In seinem Werk Theimae ausschlug er vor, die Welt als Ganzheit zu verstehen. Das Ganze ist für Platon eine aus allen Teilen zur Vollständigkeit gelangte Einheit, auf welche sich die Teile beziehen. Jedes Ganze aber ist doch notwendig ein aus vielen bestehendes Eins und nur von einem solchen können die Teile Teile sein. Denn jeder Teil ist ja doch notwendig nicht ein Teil einer ungeeinten Vielheit, sondern eines solchen Ganzen. Nicht von vielen also oder allen ist der Teil Teil, sondern von einer gewissen einheitlichen Wesenheit oder einem gewissen Eins, welches wir ein Ganzes nennen, sobald es eben alle jene seine Teile vollständig zur Einheit in sich zusammenschließt. Platon, Parmenides Aristoteles lehrte, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Nach ihm ist das Ganze eine Bestimmung der Einheit. Der Begriff Holismus bezeichnet eine Ganzheitslehre, die auf Jan Christians Mutz und sein 1926 erschienenes Buch Holism and Evolution zurückgeht. Diese Lehre überschneidet sich mit älteren Überlegungen zur Ganzheit. Das Ganze als System Das Ganze als etwas gegliedertes und zusammengefügtes nennt man System. Der griechische Begriff Sigma Ypsilon Sigma Taueta Mu Alpha bedeutet das Gebilde, das Zusammengestellte und das Verbundene. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf dem ganzheitlichen Zusammenhang der Teile. Diese stehen zueinander häufig in einem Verhältnis der Wechselwirkung. Wenn es zu einem Austausch von Energie oder Materie mit der Außenwelt kommt, liegt ein offenes System vor. Ansonsten spricht man von einem abgeschlossenen System. Aber auch offene Systeme müssen von der Umwelt noch deutlich abgegrenzt werden können. Und die wechselseitige Abhängigkeit der Teile setzt ein Mindestmaß an Kontinuität und struktureller Ordnung voraus. Um überhaupt von einer Ganzheit sprechen zu können, Systeme können sich im Gleichgewicht oder in einem Ungleichgewicht befinden. Die Gleichgewichtssituation kann bei offenen Systemen auch durch ein sogenanntes Fließgleichgewicht hergestellt werden. Dabei findet ein ständiger Austausch mit der Umgebung statt und es wird trotz kleiner Schwankungen ein stabiler, im Mittel unveränderlicher Zustand aufrecht erhalten. Systeme können statisch oder dynamisch sein. Dynamische Systeme sind teilweise auch fähig zur Selbstorganisation, wenn ihnen aus der Umgebung Energie zugeführt wird. Das Zusammenwirken der Teile führt dabei in einem unumkehrbaren Vorgang zu neuen, komplexeren und gleichwohl stabilen Strukturen. Diese werden als dissipativ bezeichnet, wenn ihre Stabilität auf der Umwandlung einer anderen Energieform in Wärme beruht. Die wissenschaftliche Untersuchung und Beschreibung von Systemen erfolgt durch die Systemtheorie. Ein Teilgebiet davon ist die Kybernetik, die sich der Steuerung und Informationsverarbeitung der rückgekoppelten Systeme widmet. Die Synergetik erforscht die besonders komplexen Systeme mit der Fähigkeit zur Selbstorganisation, die Gestaltqualität des Ganzen. Konrad Lorenz veranschaulichte die Wahrnehmung der Ganzheit einer Sache bevorzugt als Gestaltsehen oder Gestaltwahrnehmung. Damit wollte er die einbeziehende Wahrnehmung nicht offensichtlicher assoziativ verbundener Elemente oder Eigenschaften des Gegenstands ausdrücken, die gleichwohl zu seinem Wesen seiner Bedeutung und Wirkung beitragen. Die dadurch erscheinende Gesamtgestalt hinter der Gestalt sei die eigentliche, immer mitzusehende, tatsächlich in der Umwelt wirksame und zu behandelnde Gestalt, die alle Wirkungen beinhalte. Die Gestaltwahrnehmung ermöglicht es eine im komplexen Naturgeschehen obwaltende Gesetzlichkeit unmittelbar zu erfassen, h. aus dem Hintergrund der zufälligen, nichtssagenden Informationen herauszugliedern, die uns von unseren Sinnesorganen und niedrigeren Wahrnehmungsleistungen gleichzeitig übermittelt werden. Konrad Lorenz Gestaltqualität ist die, übersummative Eigenart des Ganzen. Eine Gestalt liegt vor, wenn gerade bei Änderungen, die sämtliche Teile eines Ganzen betreffen, seine Eigenart erhalten bleibt. Falls dabei die Struktur des Ganzen erhalten bleibt, eine solche Änderung kann z.B. im Austausch des Materials oder in der Versetzung in andere Sinnes- oder Seinsgebiete liegen. Diese strukturerhaltende Veränderung wird als Transponierung bezeichnet. Ganzheit bildet auch eine zentrale Kategorie der sogenannten Gestaltpsychologie, eine Richtung der geisteswissenschaftlich ausgerichteten Wahrnehmungspsychologie. Der Neurologe und Psychiater Kurt Goldstein formulierte als erster eine Theorie der Ganzheit des Organismus basierend auf der Gestalttheorie. Er wurde damit zu einem Wegbereiter der Gestalttherapie. Der Organismus als Ganzheit Ein biologischer Organismus ist eine weitgehend selbstständige stoffliche Ganzheit, die biologischen, chemischen und physikalischen Gesetzen folgt und zudem eine Gestalt des Lebens darstellt. Ein wesentliches Merkmal des biologischen Organismus ist der Stoffwechsel. Organismen sind Beispiele für Ganzheiten, deren Organe oder Glieder als Teile dieser Ganzheiten in materialen, existenziellen und funktionalen Abhängigkeiten stehen. Darüber hinaus wird unter Organismus aber jede dynamisch geordnete Ganzheit verstanden. Der Begriff wird beispielsweise auch auf Völker, Kulturen und Lebensordnungen angewandt. In der aristotelischen Tradition wird die Beziehung der Gesellschaft zu ihren Mitgliedern als das einer Ganzheit zu ihren Teilen begriffen, was in der Übersteigerung der Ganzheit als Totalität zum totalitären Staat geführt hat. Kritische Einordnung der Ganzheitslehren Anne Harrington kommt in ihrer Studie zu dem Schluss, dass der Begriff der Ganzheit von Anfang an im Spannungsfeld von Wissenschaft und Rettungsmythologie stand, und dass nach dem Ersten Weltkrieg eine Infizierung der deutschen Ganzheitslehre mit den Rassegedanken und ihre teilweise Absorption in die Politik und Mythologie des Nationalsozialismus stattfand. Sie macht aber auch deutlich, dass die Geschichte des Ganzheitsdenkens aus vielen Geschichten besteht und auch Positionen möglich waren, die sich auf demokratischer Grundlage sahen und die in Kritik zum Nationalsozialismus standen, wie Z.B. bei Kurt Goldstein und Max Wertheimer Ganzheit in der Literatur Goethes Faust beschwürt im ersten Teil der Tragödie die Ganzheit, wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem anderen wirkt und lebt, wie die Himmelskräfte auf- und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen, mit segenduftenden Schwingen vom Himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das All durchklingen, welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur, wo fass ich dich, unendliche Natur, euch Brüste, wo?